Ich genieße meine Sommerferien wirklich. Es tut mir leid, ich bin zu spät. Lassen Sie schlafende Hunde sich hinlegen. Lassen Sie schlafende Hunde sich hinlegen. Bevor sie zu Bett ging, machte sie eine Tasse Tee. Konnten wir nicht wählen? Sie sollten es einen Tag später einreichen. Sie sollten es einen Tag später einreichen. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Handtasche. Nennen Sie mir Ihre besten Buchnischen. Nennen Sie mir Ihre besten Buchnischen. Ich bin durstig. Ich bin durstig. War unser Stiefvater Mechaniker? War unser Stiefvater Mechaniker? Würde es Mittagslärm machen? Würde es Mittagslärm machen? Du bist so nett. Du bist so nett. Ich bin im Zimmer unten. Ich bin im Zimmer unten. Ist es nicht jedes Jahr ein Sanitäter? Ist es nicht jedes Jahr ein Sanitäter? Ich möchte Ihnen das Team vorstellen. Ich möchte Ihnen das Team vorstellen. Es sollte nicht ein oder zwei Wochen kosten. Es sollte nicht ein oder zwei Wochen kosten. Als Ihr Lehrer unterstütze ich Sie. Füllen Sie Performance Excel aus. Tom möchte nach Japan gehen. Tom möchte nach Japan gehen. Kann Gift sein. Kann Gift sein. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich muss mein Haus verkaufen. Ich muss mein Haus verkaufen. Wie oft schaust du Filme? Wie oft schaust du Filme? Er schaut sich zu Hause gerne Filme an. Er schaut sich zu Hause gerne Filme an. Es kann sein, dass es nach einem Jahr nicht verschwindet. Es kann sein, dass es nach einem Jahr nicht verschwindet. Ich werde es später ausfüllen. Ich werde es später ausfüllen. Lassen Sie mich wissen, wenn sich Ihre Situation ändert. Lassen Sie mich wissen, wenn sich Ihre Situation ändert. Kann ich zum Lesezeichen gehen? Kann ich zum Lesezeichen gehen? Sie haben ein wunderschönes Haus. Sie haben ein wunderschönes Haus. Ist Ihr Kollege Pilot? Sein Vater ist ein Illusionist. Sein Vater ist ein Illusionist. Gibt es einen Kinderspielplatz? Gibt es einen Kinderspielplatz? Wir müssen es verpassen. Waren seine Brüder Chirurgen? Waren seine Brüder Chirurgen? War Ihr Mann ein Philosoph? War Ihr Mann ein Philosoph? Sie können sich beschweren. Sie können sich beschweren. Gibt es etwas Gutes? Gibt es etwas Gutes? Er lebt in New York. Er lebt in New York. John hat großes Potenzial. John hat großes Potenzial. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Waren Ihre Enkel Ballerinas? Waren Ihre Enkel Ballerinas? Er muss in der Abenddämmerung als Dekorateur arbeiten. Er muss in der Abenddämmerung als Dekorateur arbeiten. Kann er nicht mittags heiraten? Kann er nicht mittags heiraten? Füttern nach vier Wochenenden? Füttern nach vier Wochenenden? Danke für dein Feedback. Danke für dein Feedback. Werden Sie bei Sonnenaufgang rechnen? Werden Sie bei Sonnenaufgang rechnen? Sie sangen im Auto. Sie sangen im Auto. Ich muss einen Anruf machen. Ich muss einen Anruf machen. Sollte ich mittags nicht Sanitäter sein? Sollte ich mittags nicht Sanitäter sein? Er wird in fünf Sekunden zum Manager. Er wird in fünf Sekunden zum Manager. Das Konzert begann um 8 Uhr. Das Konzert begann um 8 Uhr. Ist Ihre Stiefmutter Optikerin? Ist Ihre Stiefmutter Optikerin? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Kann ich zur Taskleiste gehen? Kann ich zur Taskleiste gehen? Kann es nicht gelöst werden? Kann es nicht gelöst werden? Ja. Ich schätze Kunst. Ja. Ich schätze Kunst. Ist Ihr Cousin ein Portier? Ist Ihr Cousin ein Portier? Sie spielen jeden Abend Brettspiele. Sie spielen jeden Abend Brettspiele. Ich verstehe die Situation. Ich verstehe die Situation. Gehen Sie ans Telefon, wenn es klingelt. Gehen Sie ans Telefon, wenn es klingelt. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ist die Raumtemperatur für Sie geeignet? Ist die Raumtemperatur für Sie geeignet? Er hat sein Handy im Park verloren. Er hat sein Handy im Park verloren. Muss man es nicht ausfüllen? Muss man es nicht ausfüllen? Ich liebe Actionfilme. Ich liebe Actionfilme. Ihre Nachbarn sind Kellner. Ihre Nachbarn sind Kellner. Lass mich dir etwas Wasser holen. Lass mich dir etwas Wasser holen. Was für ein köstliches Dessert. Was für ein köstliches Dessert. Entschuldigung für die Verspätung. Entschuldigung für die Verspätung. Das Projekt wurde termingerecht abgeschlossen. Das Projekt wurde termingerecht abgeschlossen. Er muss bei Sonnenuntergang richten. Er muss bei Sonnenuntergang richten. Kommen wir zur Sache. Kommen wir zur Sache. Wir sprechen morgen. Wir sprechen morgen. Welches Fleisch magst du? Welches Fleisch magst du? Werden sie nächstes Jahr fallen? Werden sie nächstes Jahr fallen? Musik steigert das Erlebnis. Musik steigert das Erlebnis. Was für eine Form. Was für eine Form. Er schrieb einen Brief an seinen Freund. Er schrieb einen Brief an seinen Freund. Ich mag zeitgenössische Kunst. Ich mag zeitgenössische Kunst. Wir werden entkommen. Wir werden entkommen. Bitte noch eine Runde Getränke. Bitte noch eine Runde Getränke. Ist es nach vier Jahrhunderten fertiggestellt? Ist es nach vier Jahrhunderten fertiggestellt? Ich werde versuchen mein Bestes zu geben. Ich werde versuchen mein Bestes zu geben. Arbeitet seine Schwester im Garten? Arbeitet seine Schwester im Garten? Können Sie Mittagskongressabgeordnete werden? Können Sie Mittagskongressabgeordnete werden? Du gehst oft ins Kino. Du gehst oft ins Kino. Du wirst es später nicht erwähnen. Du wirst es später nicht erwähnen. Sie können bei Sonnenaufgang kreieren. Sie können bei Sonnenaufgang kreieren. Er singt im Chor. Er singt im Chor. Wie du dich erinnerst. Wie du dich erinnerst. Ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin sehr selbstbewusst. Sollten Sie es nicht lösen? Sollten Sie es nicht lösen? Filme schauen macht großen Spaß. Filme schauen macht großen Spaß. Ich muss für die Mathe Prüfung lernen. Ich muss für die Mathe Prüfung lernen. Ist sein Neffe ein Illusionist? Ist sein Neffe ein Illusionist? Ist ihr Stiefvater Pianist? Ist ihr Stiefvater Pianist? War sein Bruder ein Fabrikant? War sein Bruder ein Fabrikant? Darf ich fragen, wer anruft? Darf ich fragen, wer anruft? Pianistin? Schnellnenberg hat eine Stiefvater Pianistin.